Das sind zwei Stücke immer noch hier drin. Ja, der Flo hat jetzt die Glocke geläutet, sodass jetzt ein Boot kommt. Na ja, da hängt einer. So, da ist noch ein Schattenfussi. Wo? Oh, so einer. Ja, und nur mal so, dass der, wo da hängt, der hängt immer noch, den hab ich nicht getroffen. Aber lasst ihn da hängen. Ganz einfach. Lies mal den auf der Hände. Dann sind wir noch die zwei hier drin. Ist der jetzt nicht vergiftet? Doch, jetzt ist er. Ganz so eine Falle, die mit Augen anmachen. Nicht? Ja. Mach nicht so Dreck. Oh, One Hit. Jetzt hat man einen Speer. Ja, ich hab einen. Jetzt hab ich extra einen Speer equiptet. So geht's auch. Na, dann versuche ich mal, den Short grad zu holen. Wow. Wo kommt denn das Viecher? Wir müssen doch noch rüber zu dem Zauberern, damit du es weißt. Na, den werd ich fetzen, den werd ich fetzen, ey. Zauber sind was, nix für mich. Oder zumindest nicht bei dem. Ja. Ist es wieder die Tür, wo man x-en muss? Ja. Eigentlich schon fies. Die eine Tür musste x-en, die andere musste dagegen schlafen. Ist schon. Ah, das ist hier, wo Gavlan steht. Echt? Ich muss erst mal bei dem Einkaufen gehen. Ja. Ja. Na, der hängt immer noch da. Wir treffen jetzt nicht. Ne. Ne. Ja, ich nix so schlecht mit dem Buchen. Ja, komm hoch. Jetzt doch nicht. Oh, jetzt geht er ins Haus und versteckt sich. Wer? Ja. Einer von den Viechern. So ein riesen Prankenfiech. Du musst mal, du musst mal anschauen, was du eigentlich trockst da. Welcher eine? Bist du immer noch oben bei Gavlan? Bist du immer noch oben bei Gavlan? Wir treffen jetzt hier unten. Mal die Lampen an. Mach die Lampen an. Guck sie an. Guck sie an. Sieh ein Ritter. Ja. Hast du die jetzt schon? Ja. Das geht doch so nicht. Wir kriegen jetzt wieder alles Gute. Was man normalerweise erst später hat. Flutsch. Da ist er weg. Ich glaube, da kannst du noch sowas kaputt machen. Da ist jemand. Jetzt hast du da einen Shotcut. Ich muss nochmal hoch. Wo hoch? Ganz hoch. Wieso das? Das war fucking. Lass sie doch aus. Nee, vielleicht krieg ich mal irgendwas. Ach so, du meinst, dass dann dann wieder so ein Invader kommt oder so? Ja. So ein Red Phantom. Ja. Ja, dann warte ich da mal vor Gavlan Haus. Mach das. Ich kann ausnahmsweise gar nichts tragen. Ist dein Problem. Ist nicht meine Schuld. Ja, ich weiß, wenn man sich am Anfang gleich die Stärke vollpumpt. Ja. Was bogst du jetzt wieder an? Nein, ich treffe den Boden. Ich schütze da nicht. Ja. Also wo kann man eigentlich mittlerweile nur Quartier sammeln? Da bei der Fakten, wo du gerade stehst. Ach, ist die hier? Ja. Und was machst du jetzt? Ach so, du willst ja den Zauberer. Brauche ich sogar. Für was? Geh nicht da drauf, ich glaub da hat's ein Ding. Was hat's da? Ein Red oder so. Auf dem Boot? Ich glaube, ich bin mir sicher. Da ist einer jedenfalls hinter mir aufgetaucht. Ich glaub da hang da irgendwo. Ich werd den Zauberer fetzen. Der wird zu Brei gemacht. Hat er zufällig Fackeln auf dem Weg? Nee, bis jetzt nicht. Oh, Bradley. Most OP in PC. Wie man schon gesehen hat. Ja. Wie man schon gesehen hat. Der sieht ja auch schon der Hammer aus. Was? Bradley. Lass sehen. Oh, der hat die. Der hat das Schild. Merk du gleich auf die Dinger da drauf. Ja. Ich geh zu den Boche schützen. Bradley, auf was wartet der? Ich treffe aber wieder grad gar nix. Alter. Cool. Die kannst ja auch hinlegen. Gibt's ja überhaupt irgendwas, wo ich nicht hinlegen kann. Nee, bis jetzt ist nix passiert. Das ist so fies, wenn hier jetzt was kommt. Sind sie alle da? Der Bradley ist da. Der Likotil ist da. Soll ich warten, bis die drin sind? Schau nach. Je nachdem, wie die rein gehen. Bradley, geh zuerst rein. Luca Thiel. Ab mit euch. Aha, viel Spaß. Es war wieder perfekt gemeister von den zwei. Mann, Alter. War der jetzt schnell weg? Ich weiß nicht, wenn man Bradley hat. Tschüssi. Wie. 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 Ich muss dann aber echt bei der Kiste drauf aufschauen. Äh, wieso? Die haben den Schatten nicht bewechselt. Also die Kiste ja. Jetzt gehen wir erstmal und leveln hoch. so dass man ein bisschen mehr agility kriegt aber noch ein bisschen so zum poppen ja ja und da mache ich erstmal das hoch für die beweglichkeit damit man invincible frame kriegt ansonsten finde ich lohnt sich soll nicht ja da kann man nicht in und bogen klettern nicht nicht liebten ich gelegt gerade noch zum Baum fein das ist Mais ja ich war zu lang die ist sogar tickt besser die gefällt mir mehr kannst du mal nachgucken ob du zufällig die Seelen befest trocken kannst du meinst so ne leider nicht schade wieso könnte ich mir den Hut besorgen na killen doch einfach ne es kostet dann wieder das ist einfachste Möglichkeit ja aber es kostet dann wieder das hätte ich gemacht ich hätte ihn gekillt und dann einfach den Hut gekauft ja ich bin nicht du sonst bräuchst du ja 2020 ja dann kann man sich aber dann mal umziehen zauber kann ich noch keine macht verwenden verbrennen kann ich nur menschlichkeit und in die Gegenstand Kiste kann man Zeug einlagern wo man nicht braucht ich bin eigentlich nicht doof hast du den Knochenstaub immer noch? Nö ich meine ich hätte die Seelen verwenden können um dann bei Gablan zu verkauf und einzukauf weil ich schau grad ob ich irgendwas doppelt hab ja da aber nicht viel nicht mein Zeigen da wo gleiche Stelle da wo die normalerweise steht